So, wir sind wieder bei Ori and the Will of the Wisps. Das klang echt seltsam von der Aussprache. Beim letzten Mal waren wir im Wasser. Heute geht es mal nicht ins Wasser. Mal schön alten Modus mit einer alten, äh, alten Begrüßung. Ich hab alles verlernt, ja. So, dann, ich wollte nicht mit dir reden, aber okay. Das ist gut. Nee, tut es nicht. In-Game müsste es eigentlich ganz gut passen. Hast du irgendwelche Projekte? Habe ich überhaupt Erz? Nicht genug Erz, dann kann ich es mir auch sparen. So, lassen Sie mich mal schauen. Wir waren beim letzten Mal bei den Luma-Seen. Und haben dort gegen Quolog gekämpft. Der von dem Tentakelvieh übernommen wurde. Am Ende mussten wir ihn leider töten. Fand ich nicht so geil. Aber das Tentakelvieh ist dann wenigstens auch gleich mit drauf gegangen. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir müssen, also der, das ist ja die Endmission. Wir haben hier bei den Wanderdünen noch eins. Das Schimmelfest. Und auf dem höchsten Berg. Ich würde sagen, wir begeben uns heute mal in das Reich der Spinnen. Dann haben wir das nämlich direkt weg. Weil, das wurde mir schon gesagt, also einfach auch schon zur Warnung, gerade für die anderen. Der Schimmelwald, zu dem wir hinwollen, hat Spinnen. Und zwar teilweise, glaube ich, echt böse Spinnen. Dementsprechend seid da gewarnt. Wir werden aber zuerst hier nochmal hingehen. Da ist nämlich das, äh, eine Rätsel mit den Glocken. Und nachdem ich mir letztens meine Parts auch schon bearbeitet habe, habe ich übrigens gesehen, dass ich ja das Rätsel, äh, ja aus Versehen gelöst habe. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe die, äh, Glocken in der verkehrten Reihenfolge gespielt. Kommen sie mal ja. Also gar nicht so, wie es wahrscheinlich hätte eigentlich spielen sollen. Dementsprechend will ich da jetzt nochmal hingehen. Und gucken, ob ich da jetzt irgendwie die nochmal andersrum spielen kann. Ah, so. Ich wollte gerade nochmal schauen, wie das, ob hier mit der Steuerung funktioniert. Ah, ins Wasser muss ich. Okay. Oh, Glockertz. Nice. Das musste beim Bearbeiten auch nochmal sehr lachen, wie ich das wirklich einfach aus Versehen richtig gemacht habe, alles. Nein! So. Abgesoffen. Ah, dann habe ich meinen Wind gerade drauf. Das ist gerade, dass jedes Mal wieder eine Steuerung wieder komplett klarkommen. Okay. War ich da oben schon? Ja, war ich. Da war ich. Na? Ich habe wieder getroffen, hast du Sack. Gehen sie weg. Da runter. Da runter. Rechts. Hier waren wir ganz am Anfang und wurden von einem Wolf verfolgt, ne? Da, da kann ich jetzt auch dran, ne? Ah. Jetzt komme ich da dran. Cool. Also gerade nur Zufall, dass ich da mal nochmal gegengelaufen bin, aber nice. Oh, nice. Und mehr maximale Energie. Das ist auch der richtige Weg. Yes. Einfach immer weiter nach. Da. Und das ist richtig. Wie du lebst. Wie du lebst. Nicht, wenn ich auch kasse. Hier war die ganzen ekligen Gegner. So. So. Ich glaube, hier habe ich mich teilweise aber auch sicher durchgechießt. Sieht schon so aus wie so ein Schießfest. So. Nein. Nicht da hinten hin. So. Also. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Wir fangen links an. Links, Mitte, rechts, rechts, links, Mitte, rechts. Nee. Links, Mitte, rechts, rechts, links, Mitte, links. Also. Links. Mitte. Rechts. Rechts. Links. Mitte. Links. Haha. Jetzt haben wir auch das Ritzel mal richtig gelöst. Artefaktor unten finden. Okay. Du hast einen Weg zu den Mitternachtshöhen geöffnet. Gute Arbeit. Danke. mal gucken wir noch direkt ein teleporter hier perfekt dass wir können jederzeit hier war das gerade noch wie wir wollen in die schimmeltiefen dazu den spinnen stattdessen gehen wir hier ganz wo das wieder solche dinge die da ein durchschneidern okay was cool gucken wie viele ich auch wirklich hier machen kann ich glaube schon aber bei moment ich habe eine idee ich wollte gerade sagen weiter komme ich wahrscheinlich nicht aber thinking with portals direkt ja ja guter geschleudert hat er sagt so komme ich hin hallo mein guter reisender portal 3 confirmed ja sind die löcher überall aufgefallen ist dafür die spuren einer gewaltigen kreatur nun ich und mein teil bin froh dass sie lange fort ist und mir so ein faszinierendes dessen da lassen hat dass ich genug habe portal 3 der schon geil das stimmt hier kommen wir den tintenmoor hin da oben wäre das artefakt wahrscheinlich ok da könnte ich mich ja auch hin porten ok dann schauen wir mal jungen aber noch ein bisschen herz will ich haben so da euch die schlüssel stein habe ich aber nicht von hier aus sind dann hier auch nicht weiter dann da rein das ist dann nur der weg da oben ist auch noch eins erstmal weg mit dir da kann ich nicht drauf stehen oder ist entschuldigung da muss ich schnell sein okay ich habe den ganzen baum einfach angehoben so das hätten wir auch äh moment so und ah ich verstehe ich bin verstehend oh wie praktisch da wird sogar angezeigt welcher wohin geht okay so die frage ist welcher war das jetzt hier unten nochmal hier unten aua der da oben links ne äh nein mal runter der da nein hm der da ja ja okay so nein wobei das ist okay so krassig gefährlich auch das ist ja noch mehr schießt dann müsste ich von höheren unterkommen jetzt hier aus oh oh it's portal da muss ich auf jeden Fall von noch weiter oben gibt mir das irgendetwas überhaupt ich glaube nicht ich habe eine idee vielleicht eine andere idee aha das könnte funktionieren ja das war mit sicherheit genauso geplant okay na verdammt na das reicht immer ganz knapp nicht aus das sah cool aus oh no da wollte er auf mich schießen ach so knapp mal probieren wir das nochmal an ja fast ja fast ja fast ah ah so verdammt dann auch weiter nach zur seite geflogen ist um ihn das nicht also ich weiß was ich tun möchte das funktioniert noch nicht falsche richtung vielleicht mit so einem leichten ja könnte funktionieren ja wenn er eine einen zyklus länger drin bleibt ja nein vielleicht gar keine solo ja doch das hätte geklappt wenn ich nicht gegen die wand geflogen wäre ich den anderen bitte nur ich kann mich da nicht festhalten ich war mal war schon fast eigentlich dran und da müssen gegner da kann ich dann ziehen ja moment ich kann es nicht auch von hier aus machen schade das gibt mir nicht so viel schwung wie ich erhofft habe da oben ist ein gegner so ein bisschen halb in die richtung hinkomme so geht es auch irgendwie so da ist das geblockt er war schon ein bisschen gemein ja aber auch ganz witzig so habe ich jetzt alle schlüsselsteine müsste ich noch sehe sonst ganz keine anderen wobei komm mal mit ja noch ein bisschen nein nicht schlagen nein es reicht nicht es reicht perfekt ich habe mich auf der karte gesehen dass das ding hier oben ist ablenker nahkampf angriffe lenken projektile ab oh das klingt cool oh das klingt cool oh wo führt mich das dahin achso ja gut so hätte ich es auch machen können dann einmal nach oben dann hätten wir das was kriegen wir denn schönes so eine merkwürdige tafel danke oh wir haben die mitternacht schon sogar direkt zu 100 prozent nice wo bin ich ach da ich habe einfach keinen schwung und fliege aber überall rein was wenn wir so eine spinne war äh nicht eine spinne eine schnecke herr gegner schießen sie mal muss ich nämlich wieder hochklettern so hi ah du bist zurück ist es eine tafel die du da trägst ach so das ist eine anleitung um steine zu lesen hätten wir früher gehabt was Moment das ist ja alles rückwärts geschrieben da hat man halt nutzlos oh cool danke riesiges geisterlichtgefäß ist das dann quasi der hinweis spiel das ding doch mal rückwärts ab hier um dann nach rechts zu kommen so nach motto hint hint ich habe gesehen da hinten war noch ein bisschen geisterlicht und zwar hier im wasser was ist das für ein scumbag stein hat nicht so ganz geklappt hat hat duk so duk 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 dann erstmals noch was aber egal wie komme ich da unten jetzt hin am ersten hierdurch würde ich sagen da kommt wenn ich mich dahin porten ein da ist die baumwächterin wobei porten uns aber kurz darüber hin dann kann ich mir da noch ein bisschen stuff holen schon beiden seid auch angegriffen werden lasst mich in ruhe aber da haben wir zumindest schon mal was optionales geholt ein heilmittel für dich habe ich noch nicht jeder mal weiter aber ich habe was anderes haha so nice Jetzt könnte ich sogar wieder was bauen. Luft. Und weiter. Wir sind bitte nicht einfach so aus dem Boden raus. Das ist ungesund für mich. Und was ist hier? Oh, darum wäre sogar noch was gewesen. Moment. Wir müssen noch mal kurz zurück. Das muss ich mir jetzt mal kurz angucken. Ja gut. Das war jetzt nicht gerade schwer zu kriegen. Aber gut, jetzt macht sich jeweils mein Dash wahrscheinlich noch gar nicht. Dementsprechend. Kann mich da wahrscheinlich auch nicht so gut da durch. Und hier unten waren wir noch nicht. Oder doch. Können wir die anderen Helme? Doch, machen wir. Nur nicht mit dem Dash, glaube ich. Da haben wir so hier durchgekämpft. Ja, da sehe ich es doch, dass wir da das Item schon haben. Na gut. Dann wieder raus hier. Hi, Kuh. Bis später, Kuh. So. Die nächste runter. So. Da habe ich keinen Schaden genommen. Wait. Au. Ist da oben noch was? Oh. Habe ich schon. Okay. Und weiter. Hier runter? Hier runter. Ich war ich. Du hast es, wir haben. Wie lange hat mich doch Angst. Ich bin ja nicht masters. Vielen Dank.